Hallo, willkommen zurück zu Mathematik macht Freude und Freunde. Ich bin Coach Laura und das ist das Mastery des Lernzyklus Sachaufgaben Satz des Pythagoras. Ich werde heute mit dir das Problem eines Eisverkäufers bearbeiten. In diesem Video wirst du eine Textaufgabe behandeln, die mathematisch schon etwas anspruchsvoller ist. Aber wenn du dir meine vorherigen Videos angeschaut hast, werden wir auch diese Herausforderung gemeinsam meistern können. Lies dir folgende Aufgabe zunächst leise durch und drücke hierfür auf Pause. Gut, jetzt lesen wir mal gemeinsam laut vor. Ja, richtig gehört, wir beide lesen jetzt einmal diese Aufgabe vor. Also, Herr Raspberry will für sein Eisgeschäft den Gästen eine Freude machen. Er will in die Waffeln Schokolade als süße Überraschung geben. Dieser Schokoladenkegel hat einen Radius von einem Zentimeter und eine Mantellinie von vier Zentimetern. Wie viel Schokolade braucht Herr Raspberry für eine Waffel? Er möchte nicht mehr als sechs Milliliter verwenden. Geht sich das aus? Wie gehen wir zu einer Aufgabe heran? Wenn du dich erinnern kannst, haben wir letztes Mal drei Punkte bestimmt, auf die man bei einer Textaufgabe achten soll. Wir hatten die wichtigsten Informationen. Das sind Zahlen und Fakten, die wir für unsere spätere Rechnung brauchen werden. Wir hatten Triggerwörter, also Wörter, die uns einen Hinweis auf die Art der Rechnung geben sollen. Und schließlich noch die Fragestellung. Wonach wird gefragt? Damit wir wissen, wonach eben gesucht wird. Falls du dich erinnern kannst, haben wir dafür drei Farben benutzt. Gut, gehen wir weiter. Versuche zunächst eigens, die wichtigsten Informationen, Triggerwörter und die Fragestellung in den entsprechenden Farben zu markieren. Drücke hierfür auf Pause. Geschafft? Nun, welche wären denn nun die wichtigsten Informationen? Also, wir haben einen Radius von einem Zentimeter, eine Mantellinie von vier Zentimeter und eine Beschränkung, dass nicht mehr als sechs Milliliter Schokolade verwendet werden dürfen. Haben wir auch ein Triggerwort? Genau, heute ist unser Triggerwort Schokoladenkegel. Dazu werden wir gleich eine Skizze anfertigen. Und dann noch die Fragestellung. Wie viel Schokolade braucht Herr Raspberry für eine Waffel? Und eine zweite? Geht sich das aus mit den sechs Millilitern? Schauen wir uns die Skizze an. Ein Schokoladenkegel, das heißt, wir haben einen Drehkegel mit einer Mantellinie von vier Zentimetern, einem Radius von einem Zentimeter und einer Höhe. So würde die Eiswaffel andersrum aussehen, wenn wir uns das vorstellen. Fällt dir etwas auf? Siehst du etwas, wo wir vielleicht ein zweites Triggerwort finden können? Genau, wir haben auch einen rechten Winkel. Das heißt, der Satz des Pythagoras hat hier sicherlich auch seine Verwendung. Zunächst haben wir aber ein anderes Problem. Wir wollen ja eigentlich das Volumen dieses Drehkegels herausfinden. Die Formel für die Volumsberechnung lautet, V ist gleich Pi mal R², also Radius, mal Höhe durch 3. Die Höhe haben wir leider nicht gegeben. Das heißt, wir müssen zuerst H finden. Gut, dass wir schon das zweite Triggerwort mit dem rechten Winkel gefunden haben. Schauen wir uns das an. Wir hatten also den rechten Winkel, das heißt, wir haben ein rechtwinkliges Dreieck, bestehend aus Mantellinie mit vier Zentimetern. Die liegt gegenüber von unserem rechten Winkel, das heißt, wir haben hier die Hypotenuse. Dann haben wir den Radius, das ist Kathete A mit einem Zentimeter. Dann haben wir noch die gesuchte Kathete, die Höhe H. Wie berechnen wir die? Überlege kurz. Genau, wir haben H ist gleich die Wurzel aus C² minus A². Hier können wir nun unsere Zahlen einsetzen und haben H ist gleich die Wurzel aus 4² minus 1². Das ist die Wurzel aus 16 minus 1². Das heißt, wir haben ein H mit 3,87. Das heißt, die Höhe beträgt also 3,87 cm. Super! Jetzt können wir an den zweiten Schritt herangehen und unser Volumen berechnen. Dieses H können wir jetzt nun für unsere Volumsberechnung sofort weiterverwenden. Ich gebe dir hier nochmal die Skizze, damit wir nicht vergessen, wie dieser Drehkegel aussieht. Wir haben also den Radius mit einem Zentimeter und die Höhe mit 3,87 cm. Die Formel für die Volumsberechnung eines Drehkegels ist V ist gleich Pi mal R² mal H durch 3. Hier setzen wir unsere Größen ein und erhalten Pi mal 1² mal 3,87 durch 3. 1² ist 1 und irrelevant für eine Multiplikation. Das heißt, wir können unsere Rechnung verkürzt darstellen mit Pi mal 3,87 durch 3. Das gibst du nun in deinen Taschenrechner ein und du erhältst, genau, 4,05. Perfekt! Das heißt, unser Schokoladenkegel hat ein Volumen von 4,05 cm³. Das entspricht 4,05 ml. Das wird gleich so umgerechnet. Also, es geht sich aus. Weil 4,05 ml ist kleiner als 6 ml. Perfekt! Glückwunsch! Du hast den kompletten Lernzyklus absolviert. Du bist nun ein Textaufgabenprofi. Siehst du, war gar nicht so schwer. Man muss einfach nur die wichtigsten Informationen, Triggerwörter und Fragestellungen Schritt für Schritt abhacken. Nimm dir am besten immer Leuchtstifte oder sonstige Farben mit, dann sind Textaufgaben kein Problem mehr. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis bald! Ich verstehe! Vielen Dank.